Edvard Mansch, TVR Theemung, war ein norwegischer Maler und Grafiker des Symbolismus. Neben über 1700 Gemälden fertigte er zahlreiche Grafiken und Zeichnungen an. Mansch gilt als Bahnbrecher für die expressionistische Richtung in der Malerei der Moderne. In Deutschland und im übrigen Mitteleuropa genoss er früh den Ruf eines epochemachenden Neuschöpfers. Heute sind seine Eigenart und sein Status auch im übrigen Europa und in der Welt anerkannt. Am bekanntesten sind die Werke Manschs aus den 1890er Jahren, die er im sogenannten Lebensvries zusammengefasst hat, darunter der Schrei. Leben. Edvard Mansch wuchs in der norwegischen Hauptstadt Oslo auf, die zu dieser Zeit Christiania hieß. Sein Vater Christian Mansch war ein tiefreligiöser Militäratzt mit bescheidenem Einkommen. Der Historiker Peter Andreas Mansch war Edvard Manschs Onkel. Manschs Vater Christian heiratete mit 44 Jahren die 20 Jahre jüngere Kaufmannstochter Laura Katerin Biolstadt. Die junge Ehefrau gebar ihren Sohn Edvard mit 27 Jahren und starb mit 33 Jahren an Tuberkulose, als Edvard fünf Jahre alt war. Edvard selbst war von schwacher Gesundheit, aber nicht er, sondern seine ältere Schwester Sophie war das nächste Opfer der Schwindsucht. Seine jüngere Schwester Laura war wegen Melancholie in ärztlicher Behandlung. Posthum stellten Mediziner auch bezüglich Edvard Mansch die Hypothese einer Borderline-Persönlichkeitsstörung auf. Zum Teil in Verbindung mit einer bipolaren Störung. Von den fünf Geschwistern heiratete nur sein Bruder Andreas, starb aber schon wenige Monate nach der Hochzeit. Das Elternhaus war kulturell anregend, es sind jedoch die Eindrücke von Krankheit, Tod und Trauer, zu denen Mansch in seiner Kunst hauptsächlich zurückkehrt. Realismus auf Wunsch des Vaters durchlief Mansch ein Jahr auf der technischen Schule und wandte sich dann unterstützt von seiner Tante Karin mit großem Ernst der Kunst zu. Er studierte die alten Meister, folgte dem Unterricht in Aktzeichnen an der Königlichen Zeichenschule und erhielt eine Zeitlang Korrektur vom führenden Naturalisten Norwegens. Christian Kruk Seine frühen Arbeiten prägt ein vom Französischen inspirierter Realismus und bald schon fiel er als großes Talent auf. 1885 war Mansch während eines kurzen Studienaufenthaltes in Paris. Im selben Jahr begann er die Arbeit an seinem entscheidenden Werk Das kranke Kind. Hier bricht er radikal mit dem Realismus, wie wir ihn bei Christian Kroge in einem entsprechenden Motiv sehen. Mansch arbeitete lange an dem Gemälde, auf der Suche nach dem ersten Eindruck und einem gültigen malerischen Ausdruck für ein schmerzliches, persönliches Erlebnis. Mit diesem Bild versuchte er, Sophies Tod zu verarbeiten. Er verzichtete auf Raum und plastische Form und stieß zu einer ikonenartigen Kompositionsformel vor. Die grobe Stofflichkeit der Oberfläche wies alle Spuren eines mühsamen schöpferischen Prozesses auf. Die Kritik war sehr negativ. Mansch griff dieses Motiv trotzdem Zeit seines Lebens immer wieder auf. Die Hauptwerke der folgenden Jahre sind von der Form her weniger provozierend. Inge am Strand aus dem Jahr 1889 zeugt von Manschs Fähigkeit zur lyrischen Stimmungsschilderung im Einklang mit der neoromantischen Strömung jener Zeit. Dieses Bild malte er in Asgardstrand einer kleinen Küstenstadt in der Nähe von Horten. Die für diese Gegend so charakteristische Anwendungen reiche Küstenlinie finden wir als sinntragendes Leitmotiv in vielen Kompositionen von Mansch. 1889 malte Mansch außerdem ein Porträt des Kopfes der Bohem von Christian Jörg, Hans Jäger. Manschs Umgang mit Jäger und seinem Kreis von radikalen Anarchisten in der zweiten Hälfte der 1880er Jahre wurde zum entscheidende Wendepunkt in Seinem Leben und zur Quelle einer inneren Gärung und eines inneren Konflikts. Zu dieser Zeit begann seine umfassende biografisch-literarische Produktion, die er in verschiedenen Phasen seines Lebens immer wieder aufnahm. Diese frühen Aufzeichnungen fungierten als Nachschlagewerk zu mehreren der zentralen Motive aus den 1890er Jahren. Im Einklang mit Jägers Ideen wollte er wahrheitsgetreue Nahaufnahmen von den Sehnsüchten und Qualen des modernen Lebens vermitteln. Er wollte sein Leben malen. Frankreich im Herbst 1889 hatte Mansch eine große Einzelausstellung in Christian Jörg, woraufhin der Staat ihm für drei aufeinanderfolgende Jahre ein Künstlerstipendium gewährte. Paris war das natürliche Ziel, wo er für kurze Zeit gemeinsam mit seinem Freund Kalle Lochen, Schüler von Leon Bonnet war. Die wichtigeren Impulse aber empfing er, indem er sich am künstlerischen Leben der Statue orientierte. Hier fand zu jener Zeit ein postimpressionistischer Durchbruch mit verschiedenen antinaturalistischen Experimenten statt. Das wirkte befreiend auf Mansch. Der Fotoapparat kann mit Pinsel und Palette nicht konkurrieren, schrieb er, solange man ihn im Himmel und in der Hölle nicht verwenden kann. Kurz nachdem Mansch in diesem ersten Herbst nach Frankreich gekommen war, erreichte ihn die Nachricht vom Tod seines Vaters. Die Einsamkeit und die Melancholie in seinem Bild Nacht in St. Cloud werden oft vor diesem Hintergrund gesehen. Das dunkle Interieur mit der einsamen Gestalt am Fenster ist völlig von Blautönen beherrscht, eine Valor-Malerei, die an James M. C. Neal Whistlers nächtliche Farbenakkorde erinnern mag. Dieses moderne und selbstständige Werk ist auch ein Ausdruck für die Dekadenz im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts. Auf der Herbstausstellung 1891 in Christiania zeigte Mansch unter anderem Melancholie. Hier dominieren große, geschwungene Linien und homogenere Farbflächen, eine mit Paul Gauget und französischen Synthetisten verwandte Vereinfachung und Stilisierung des Motivs. Symbolismus Die Natur wird von einer Gemütsstimmung geformt, schreibt Mansch. Zu dieser Zeit fertigte er die ersten Skizzen zu seinem bekanntesten Werk Der Schrei an. Auch malte er eine Reihe von Bildern in einem impressionistischen und annäherungsweise pointillistischen Stil. Mit Motiven von der Seine und der Paradestraße Christianias Karl-Johan-Gate. Hauptinteresse Manschs waren jedoch die Eindrücke der Seele und nicht die des Auges. Punkt, Punkt, Punkt. Deutschland im Herbst 1892 stellte Mansch in Christiania die Ergebnisse seiner Frankreich-Aufenthalte vor. Der norwegische Landschaftsmaler Adelstein Norman sah diese Ausstellung und verhalfe dem damals noch unbekannten Mansch zu einer Einladung des Berliner Kunstvereins. Manschs erste Ausstellung in Berlin fand im Architektenhaus in der Wilhelmstraße 92 statt. Sie wurde mit 55 Bildern am 5. November 1892 eröffnet und endete mit einem grausigen Success-D-Scandal. Das Publikum und die älteren Maler fassten Manschs Bilder als anarchistische Provokation auf. Und die Ausstellung wurde auf Betreiben von Anton von Werner, dem Direktor der Königlichen Hochschule der Bildenden Künste, schon am 12. November 1892 im Protest geschlossen. Dadurch wurde Manschs Name plötzlich in Berlin bekannt und er entschloss sich, in der Stadt zu bleiben. Er kam in einen Kreis von Literaten, Künstlern und Intellektuellen, in dem Skandinavier stark vertreten waren. Zu dem Kreis gehörten unter anderem der schwedische Dramatiker August Strindberg, der polnische Dichterst Anislaw Pribiszewski, der norwegische Bildhauer Gustav Wiegelend, der dänische Schriftsteller Holger Drachmann und der deutsche Kunsthistoriker Julius Mayer-Grefe. Man traf sich im Gasthaus zum Schwarzen Ferkel unter den Linden-Ecke Neue-Wilhelmstraße. Hier diskutierte man Friedrich Nietzsches Philosophie sowie Okkultismus, Psychologie und die dunklen Seiten der Sexualität. Im Dezember 1893 stellte Mansch unter den Linden aus. Hier zeigte er unter anderem sechs Gemälde unter der Überschriftstudie zu einer Serie. Die Liebe Das war der Anfang zu dem, was später zum Lebensfreeze wurde, ein Gedicht über das Leben, die Liebe, den Tod. Hier finden sich stimmungsgesättigte Motive wie Der Sturm, Mondschein und Sternennacht, wo man eine Beeinflussung durch den schweizerisch-deutschen Arnold Böcklin ahnen kann. Andere Motive wie Rose und Amalie oder Vampir beleuchten die Nachtseite der Liebe. Mehrere Bilder haben den Tod zum Thema und am meisten Aufmerksamkeit erregte der Tod im Krankenzimmer. In dieser Komposition ist Manschs Schuldigkeit französischen Synthetisten und Symbolisten gegenüber besonders merkbar. In Grillen und gleichzeitig Fallenfarben zeigt das Bild eine festgefrorene Szene. Vergleichbar einem tragischen Schlusstableau in einem Ibsen-Schauspiel. Das Motiv baut auch hier auf der Erinnerung an den Tod der Schwester Sophie und die ganze Familie ist vertreten. Die im Stuhl sitzende Sterbende kehrt dem Betrachter den Rücken zu, wird aber von der Gestalt, die Mansch selbst vorstellt, in den Blick gerückt. Im Jahr darauf wird der Fries um Motive wie Angst, Asche, Madonna und Sphinx erweitert. Letzteres ist ein vollständig im Geiste des Symbolismus gehaltenes monumentales Motiv. Gemeinsam mit Meyergräfe gab neben anderen Priebiszewski 1894 die erste Publikation über Manschs Kunst heraus. Er charakterisiert sie als psychischen Realismus. Punkt, 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 Punkt. Mansch verließ Berlin 1896 und ließ sich in Paris nieder, wo sich unter anderem Strindberg und Meyergräfe aufhielten. Hier widmete er grafischen Mitteln immer mehr Aufmerksamkeit auf Kosten der Malerei. Schon in Berlin hatte er mit Radierung und Lithographie begonnen. Jetzt in Paris schuf er in Zusammenarbeit mit dem berühmten Drucker Auguste Claude erlesene Farblithographien und seine ersten Holzschnitte. Auch plante Mansch die Herausgabe einer Mappe mit dem Titel Der Spiegel, ein grafischer Fries. Dank seiner souveränen Beherrschung der Mittel und seiner großen künstlerischen Originalität genießt Mansch in unserer Zeit den Ruf eines Klassikers. Der Grafik. In Paris fertigte er auch Programmplakate für zwei Ibsen-Vorstellungen des Theater de l'Euvran, während der Auftrag, Baudelès-Léflas du mal zu illustrieren, in den Anfängen stecken blieb. Die Jahrhundertwende 1898 nach Norwegen zurückgekehrt, schuf Mansch die Illustrationen zu einer Spezialausgabe der deutschen Zeitschrift Quickborn zu Texten von August Strindberg. Um die Jahrhundertwende versuchte Mansch, den Fries zu vollenden. Er malte eine Reihe von neun Bildern, einige in größerem Format und teils geprägt von der Jugendstilästhetik. Zu dem großen Bildstoffwechsel, Metabolismus, stellte er einen Holzrahmen mit geschnitzten Reliefs her. Es bekam zunächst den Titel Adam und Eva und enthüllt den zentralen Platz, den der Sündenfallmythos in Manschs pessimistischer Liebesphilosophie annimmt. Motive wie das leere Kreuz und Golgatha spiegeln eine metaphysische Orientierung in Manschs eigener Zeit wieder und sind außerdem ein Echo von Mansches. Kindheit und Jugend in einem pietistischen Milieu. Eine aufreibende Liebesbeziehung zu Tuller Larsen in jener Zeit bestärkte Mansch, die Kunst als Berufung zu erleben. Die Zeit um die Jahrhundertwende war eine Phase rastlosen Experimentierens. Ein farbenfroher und dekorativer Stil manifestierte sich beeinflusst von der Kunst der Nabis und besonders eines Maurits Edenes. 1899 malte Mansch der Tanz des Lebens, das als kühne und persönliche Monumentalisierung dieses dekorativen Flächenstils aufgefasst werden kann. Eine Serie von Landschaftsbildern haben den Christianier Fjord zum Thema. Diese dekorativen und feinfühligen Naturstudien werden als Höhepunkte des nordischen Symbolismus betrachtet. Das klassische stimmungsgeladene Gemälde Die Mädchen auf der Brücke entstand im Sommer 1901 in Asgard-Strand. Punkt, 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 Punkt. Erfolg und Krise Anfang des neuen Jahrhunderts war manchernstlich im Begriff eine Karriere aufzubauen. 1902 zeigte er auf der Ausstellung der Berliner Sezession zum ersten Mal den ganzen Fries. Eine Mansch-Ausstellung in Prag bekam Bedeutung für mehrere tschechische Künstler. Porträts, häufig in Ganzfigur, wurden nach und nach zu einem wichtigen Bestandteil seines Werks. Das Gruppenporträt Die vier Söhne des Doktor. Max Linde wird als ein Hauptwerk der modernen Porträtmalere eingestuft. Erholung suchte er zu dieser Zeit oft in Trevemünde und schenkte dem Behnhaus das gleichnamige Gemälde aus Verbundenheit. Die Vorwisten mit Matisse an der Spitze teilten mit Mansch zahlreiche seiner künstlerischen Bestrebungen. Die Künstlergruppe Brücke in Dresden zeigte Interesse für Mansch, aber es gelang ihr nicht, ihn für ihre Ausstellungen zu gewinnen. Der künstlerische Erfolg war von Konflikten auf persönlicher Ebene begleitet. Der Alkohol war zum Problem geworden, und Mansch war psychisch im Ungleichgewicht. Er quälte sich mit Erinnerungen an seine tragische Liebesgeschichte. Die Beziehung zu Tuller hatte 1902 mit einer Revolverszene geendet, bei der Manschs linke Hand angeschossen worden war. Zwar sollte er die Schmach nie verwinden, in diesen Jahren aber wurde sie zur Besessenheit. Tullers Züge lassen sich unter anderem in Marats Tod aufspüren, ein Motiv, von dem sich allgemeiner sagen lässt. Es schildere den Kampf zwischen Mann und Frau, den man Liebe nennen kann. Im Mai 1906 starb Henrik Ibsen und im Herbst fertigte Mansch Bühnenbildentwürfe für Max Reinhards Aufführung der Gespenster im kleinen Saal des Deutschen Theaters Berlin an. Hier wurde auch eine Fassung seines Lebensfries in den Foyers montiert, die Reinhard später verkaufte und heute in der Berliner Nationalgalerie zu sehen ist. Seither nahm Ibsen in Manschs Bewusstsein einen immer größeren Raum ein. Das Selbstbildnis mit Weinflasche von 1906 zeigt eine kraftlos zusammengesunkene Gestalt. Allein an einem Tisch in einem klaustrophobisch anmutenden Café sitzend eine tragische Erscheinung. Geistig eng verwandt mit Oswald in Ibsens Drama. Auf Bestellung führte Mansch ein monumentales Fantasieporträt von Friedrich Nietzsche aus. Und während mehrerer Besuche in Weimar porträtierte er auch die Schwester des verstorbenen Philosophen Elisabeth Förster Nietzsche. Das Nietzsche-Porträt war das einzige Bildnis, das Mansch nach einer Fotografie und nicht nach lebendem Modell schuf. Zwischen 1902 und 1908 hielt sich Mansch überwiegend in Deutschland auf. Malaufträge führten ihn mehrfach nach Berlin, Lübeck, Weimar und Chemnitz. Danach wurden Thüringen mit Elgasburg, Weimar, Ilmenau und Bad Kösen und schließlich Wannemünde seine festeren Domizile. Wannemünde sollte die letzte Station des selbstgewählten deutschen Exils sein und bot für eine kurze Zeit die gesuchte körperliche und seelische Erholung. Neue Motive zeugen von einer extrovertierteren Orientierung. Badende Männer huldigt auf muntere Weise vitaler Männlichkeit. Alkohol und Nervenprobleme erreichten dennoch einen kritischen Punkt. Und Mansch entschied sich für einen achtmonatigen Aufenthalt in einer Kopenhagener Nervenklinik unter der Betreuung von Daniel Jakobsen. In Norwegen erkannte man endlich seine künstlerische Leistung und während er sich in der Klinik befand, wurde ihm der norwegische St. Olaf-Orden verliehen. Punkt, 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 Zurück in Norwegen von 1909 bis zu seinem Lebensende lebte Mansch in Norwegen. Zunächst ließ er sich in Kragero nieder, einer Küstenstadt im Süden des Landes. Hier malte er unter anderem mehrere klassische Winterlandschaften und stürzte sich mit Eifer in den Wettbewerb um die Ausschmückung des neuen Festsalz der Osloer Universität. Der Aula 1912 räumte man Mansch auf der großen Sonderbund-Ausstellung in Köln unter den Pionieren der modernen Kunst einen bedeutenden Platz ein. In Kragero ließ er geräumige Außenateliers bauen, wo er mehrere Jahre lang an den Entwürfen für die Universitätsaula arbeitete. Nach langwierigen Auseinandersetzungen wurde Mansch schließlich angenommen und sein Werk 1916 an Ort und Stelle montiert. Mit Manschs eigenen Worten huldigen die Motive den ewigen Kräften des Lebens. Das Hintergrundmotiv ist ein Sonnenaufgang über dem Fjord, inspiriert von der Aussicht, die Mansch von seinem in Kragero gemieteten Besitz hatte. Gleichzeitig nutzt er hier das symbolische Potenzial des Lichts. Padas in der Aula sind die großen Leinwände, die Geschichte und Alma Mater. Unter einer mächtigen Eiche in einer kargen, rauen Landschaft sitzt ein alter Mann und erzählt einem kleinen Jungen die Sage von den Menschen. In einer wilden, üppigen Landschaft sitzt eine Frau mit einem Säugling am Strand, während größere Kinder die Natur auskundschaften. Abgesehen davon, dass die beiden archetypischen Motive auf Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft anspielen, sind sie Ausdruck des männlichen und weiblichen Prinzips, das in Manschs Bilderwelt einen zentralen Gegensatz darstellt. Der aufkommenden Arbeiterbewegung widmete sich Mansch in mehreren Motiven aus jener Zeit, teils in monumentaler Form. Das Bild Arbeiter auf dem Heimweg ist darüber hinaus eine dynamische Studie in Perspektive und Bewegung. 1916 erwart Mansch den Besitz Ekeli bei Christiania. Landschaft, Menschen im Einklang mit der Natur, pflügende Pferde sind Motive, die jetzt in klaren, kräftigen Farben geschildert werden. Eine frische, spontane Pinselführung vermittelt den Eindruck einer sinnlichen Huldigung an Sonne, Luft und Erde. Auf Ekeli lebte Mansch in zunehmend selbstgewählter Isolation, spartanisch nur von seinen Bildern umgeben. Er war überaus produktiv. Obwohl er sich nur widerwillig von seinen Kindern trennte, wurden die Bilder einer Reihe von Ausstellungen im In- und Ausland ausgeliehen. In späteren Jahren malte Mansch häufig Studien und Kompositionen nach Modell. Unter ihnen gibt es einige, die lebhafter und lebensbejahender sind als frühere Werke. Und doch widmete er sich auch jetzt noch der Erforschung der konfliktgeladenen Themen aus den 1890er Jahren. Seine grafische Produktion war weiterhin beachtlich, darunter eine Reihe von lithografischen Porträts. Edward Mansch starb im Januar 1944. Punkt, 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 Nachlass In seinem Testament vermachte Mansch seine umfangreiche Sammlung von Bildern und nicht systematisierten biografisch-literarischen Aufzeichnungen der Stadt Oslo. Das 1963 feierlich eröffnete Mansch-Museum hat folglich heute eine einzigartige Sammlung von Manschs Kunst und sonstigem Material, die sämtliche Phasen des künstlerischen Schaffensprozesses beleuchten. Die Nationalgalerie in Oslo hat ebenfalls eine erlesene, besonders an zentralen frühen Gemälden reiche Mansch-Sammlung. Hauptwerke befinden sich außerdem in der Bergen Billard Gallery in Bergen. Im Jahr 1964 wurden Arbeiten von ihm auf der Documenta 3 in Kassel in der berühmten Abteilung Handzeichnungen gezeigt. Edward Mansch war Mitglied im Deutschen Künstlerbund. Im Sommer 2004 wurden die Gemälde der Schrei und Madonna aus dem Mansch-Museum in Oslo gestohlen. Zunächst ging die Polizei davon aus, dass vermutlich zwei bis fünf Personen an dem Diebstahl beteiligt waren. Später erhob die Polizei Anklage gegen mehrere Verdächtige, jedoch blieben die Bilder weiterhin verschwunden. Man vermutete, dass sie im Ausland versteckt wurden. Da die Werke am helllichten Tag gestohlen wurden, entwickelte sich im Anschluss an den Raub eine Diskussion um die richtige Sicherung wertvoller Kunstobjekte, die trotzdem einem breiten Publikum zugänglich bleiben sollten. Am 31. August 2006 wurden die beiden Bilder aus den Rahmen gerissen, von der norwegischen Polizei sichergestellt. Die restaurierten Bilder wurden der Öffentlichkeit am 23. Mai 2008 im Rahmen einer Sonderausstellung wieder präsentiert. Wobei auch ein komplett neues Werkverzeichnis Manschs vorgelegt und die Entstehungszeit des Schreis auf 1910 korrigiert wurde. Im Jahr 2012 wurde eine der vier Variationen des Gemäldes der Schrei in New York für 119,9 Millionen Dollar versteigert. Es löste damit das Gemäldeakt mit grünen Blättern und büste des spanischen Malers Pablo Picasso als das teuerste verkaufte Bild der Welt ab. Picassos Gemälde war 2010 für 106,5 Millionen Dollar verkauft worden. Ein weiterer Diebstahl von Werken des Malers fand am 6. März 2005 aus einem Hotel im norwegischen Moss statt. Die Täter nahmen zwei Lithographien, die Mansch selbst und den Schriftsteller August Strindberg darstellten. So wie ein Aquarell mit dem Titel Das blaue Kleid mit. Einen Tag später glückte der Polizei die Festnahme der Täter. Werke 1884 Bildnisschwester Inger 1885 86 Stil Das kranke Kind 1889 Inger am Strand 1890 Nacht in St. Cloud 1892 Bildnissinger Munch 1892 Abend auf der Karl-Johan-Gate 1893 Der Schrei 1893 Der Sturm 1893 Sterbezimmer 1894 Madonna 1894 Der Tod und das Weib Kaltnadelradierung Staatsgalerie Stuttgart 1895 Pubertät 1895 Tod im Krankenzimmer 1895 Selbstporträt mit Knochenarm 1895 Selbstporträt mit brennender Zigarette 1897 Der Kuss 1898 1899 Stil Mädchen und drei Männerköpfe Kunsthalle Bremen 1899 1.900 Stil Das Kind und der Tod 1899 1.900 Stil Der Lebenstanz Tanz des Lebens 1901 Mädchen auf dem Pier 1902 vier Mädchen in Asgard Strand 1903 Die Familie Buck 1903 Die Vier Söhne des Dr. Max Linde 1904 Trevemünde 1905 Vier Mädchen auf der Brücke 1905 Kopf bei Kopf 1907 Amor und Psyche 1907 Lübecker Hafen mit Holstentor 1908 Die Alpha und Omega Mappe 1910 1913 Sonne 1917 Vampir 1942 Selbstporträt Zwischen Uhr und Bett Dokumentarfilme Manche Simonen Dokumentarfilm mit szenischer Dokumentation Deutschland 2013 52 Min Buch und Regie Wilfried Hauke Produktion DM-Film Radio Bremen ATE Erstsendung 15. Dezember 2013 bei ATE Inhaltsangabe von ATE Besprechung Edward Manch Liebe, Tod und Leben Dokumentarfilm Deutschland 2003 43 zu 30 Min Buch und Regie Angelika Lizius Produktion Bayerisches Fernsehen Reihe Faszination Kunst Edward Manch Dokudrama Norwegen Schweden 1974 211 Min Buch und Regie Peter Watkins Erstsendung 12. November 1974 in Norwegen Win Until Eigelpen 1 Jahrhane 22 ines Giovano Month J Jahrhane Michel Queen H Uhr Qu 4000 Jahrhane Minh Vielen Dank.